so ich hätte gerne das messer was auch immer ihr da gerade macht ich weiß es nicht krümel was macht die tür zu ok ich was vergessen ich weiß nicht was hier gerade passiert wir wollen jetzt versuchen was das war denn jetzt was ist das von auch passiert ist sie jetzt ko ja das ist eine gute frage ich hoffe ich erwischte einen moment man könnte auch mal versuchen mit ihm zu reden ich weiß nicht ich weiß nicht wir können darüber sprechen wir werden ich weiß nicht ich weiß nicht ich bin nicht die du suchen das ist ein Fehler komm raus bitte nicht mich jemand hier husband boyfriend girlfriend mein husband ist so jetzt nervt er sie ja erstmal ne soll ich jetzt ne er geht immer da lang jetzt er kniet sich doch gleich nochmal bei ihr hin ja aber das macht er ja ne er schlägt sie doch das funktioniert nicht glaub ich ne er hat uns gesehen ok war ein versuch wert ich habe überlegt vielleicht kann man ihn ja auch konfrontieren weil wir ja mit der tochter gesprochen haben und sowas muss er Sachen wissen meinst du ja gleich wenn er reinkommt er legt ja nicht sofort los er kann ja durchaus mit ihm sprechen können wir mal versuchen achso kannst du sie auf die äh ich will die Uhr jetzt erstmal raus holen achso oja das ist gut wir müssen gehen nach der ich will achso ja Da, Taschenuhr Ganz genau Meine Uhr Ja Willst du sie darauf anspringen? Ja ja klar Ich würde aber erst das Gespräch anfangen, oder? Und nicht gleich die Uhr zeigen Das können wir machen Hier mit der Vergangenheit Achso, ja 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 Nein Ich weiß auch nicht Die Uhr Die Uhr Ja Das ist ja kein Beweis für die zwölf Minuten Nein, aber ein Beweis, dass wir es wissen Ja, das haben wir ja schon gesagt Ja Ich habe dein Beweis in der Venn W- W- Ich weiß nicht Ich habe meine nanny Es war die Startein von meiner Mutter Spirale Ja 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 Christmas Eve Er hat mich versucht zu raus Und ich war so mad Ich habe ihn Ich habe ihn Und er hat mich Und er hat mich Jesus Christ Ich habe ihn 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 Und er hat mich Ich hab ihn Und er hat mich Und er hat mich Und er hat mich Und er hat mich Aber jetzt wissen Sie Bitte Gute Ich habe ihn Also Dann Und in den nächsten Minuten der guck wird Der guck wird Ist an die Tür Ich versuche mal die Bumblebee anzurechnen. Nein? Alter, bist du bescheuert? Ist die geschlossen? Ach, die ist geschlossen. Ich weiß es gerade nicht. Es sah eigentlich so aus, als ob er sie geöffnet hat. Vielleicht kannst du mit ihm gleich nochmal reden. Hm? Vielleicht kannst du mit ihm gleich nochmal reden. Dass du gleich direkt auf ihn klickst. Kannst du ihr nicht sagen, sie soll in den Schrank gehen? Ich sage, dass du ihr verzeihst. Ja, ja, das ist ja von mir aus auch. Woher hast du die Uhr? Nee. Ja, dann sage ich das. Ich versuche mal mit ihm zu reden. Ja. Sagen, dass du unschuldig bist nach der... Nach seiner Tochter fragen. Soll ich mal eine Tochter machen? Ja. Ich weiß nicht. Nein. Schade. Aber das war doch schon ganz gut. Vielleicht kann man auf ihn noch mehr eingehen. Soll ich die Uhr jetzt nochmal holen? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich spiele immer eher instinktiv. Also ich... Willst du dir die Pflanze nochmal angucken? Oh. Die braucht noch mehr Wasser. Hallo. Wir müssen die Pflanze gießen. Ähm. Ich lasse jetzt einfach Zeit verstreichen. Die quatschen immer so viel. Und... Versuche nochmal mehr mit ihm zu reden. Mhm. Vielleicht verwirrt ihn das ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, das hast du toll gemacht. Ich glaube nicht, dass man mit ihm irgendwie reden kann. Ich glaube, das ist nicht irgendwie ein Mensch, mit dem man reden kann. Naja, er hat ja auch Probleme. Ganz offensichtlich. Mach doch mal eine Schlaftablette ins Wasser und gibt es der Blume. Vielleicht schläft dann die Blume. Ja, du könntest jetzt ja nochmal mit deiner Frau reden. Das würde doch jetzt bestimmt schneller gehen mit der Uhr, oder? Das weiß ich nicht. Und dann die Sachen danach noch fragen mit ihr verzeihen. Und... Vielleicht kriegt man dann ja andere Optionen noch. Oder sie hat eine Idee oder sowas. Ich verstehe nicht, warum er ihr nicht sagt, dass sie sich verstecken soll. Oder dass sie gehen soll. Ähm... 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 Sie ist so eine Lügnerin, ey, das ist so krass. Die Frage ist ja nur, wie soll das enden? Hm, wie durchbrechen wir diese Zeitschleife? Schau, ich bin auf deiner Seite. Auf meiner Seite? Oh Gott, schau. Ich konnte nicht... Ich wusste nicht, wie du dir erzählst. Bitte, sprich mit mir. Ich gucke, jetzt geht das Gespräch aber schon schneller, jetzt sind wir schon an dem Punkt. Ich rede doch noch mit dir. Ach so, aber sie redet doch noch. Sie war doch noch gar nicht fertig. Warum bittest du sie nicht zu gehen? Hm. Hm. Hey. Hey. Klingt ja... Aber das wissen wir ja eigentlich auch schon. Hm. Hm. Ja. 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 Eher. Und mir sind nicht versteck, wenn du es, wenn mal so schnell reingeht. Ich komme hier nicht weiter, wenn sie redet. Ich weiß nicht, wobei ich... Ich kann gerade nicht hier sitzen, wir werden rausgehen. Ja, das war das, was ich eigentlich wollte. Sagen, dass du unschuldig bist. Wait, 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 what is it that we're being accused of? Oh, shit. Why? Please listen, this is way more complicated than you think. I'm with the police. Turn around. Hey, listen. This can't be... Listen, I don't have anything to do with this. No, no, no. I guess I don't need you. Wait, 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 please. Wait, wait, wait. Duh. Gotta stop fighting that guy. Warte mal, ich. Du hast sie ja dazu gebracht, dass sie rausgeht. Ja, ja. Das habe ich nur zu spät gecheckt. Ja. So, komm her. Hi. I know about the pocket watch. It's an event underneath the medicine cabinet. What? A man told me you killed your father. A man told you... What the fuck? I don't even know how to say this, but look. Sure, spring us, Maya. Look, I know how you... How he really died. I don't know what you think. It was Christmas Eve. He caught you sneaking. He hit you. How? I couldn't. Right? You told me. I... What? Look, I'm on your side. On my side? Oh God. I couldn't... I didn't know. Please. Talk to me. Will you just say something? Geht's jetzt, Auro? Ich weiß nicht, was ich gefragt habe oder gesagt habe. Ich wollte dir sagen... Ich... I just... I'm sorry. I know, it doesn't matter, but I am. Ich glaube nicht. Es ist... Will you just say something? Du hattest nochmal gefragt mit ihrem Vater. Ich glaube, du musst dir verzeihen. Nee, du hattest das nochmal mit ihrem Vater gefragt, dass sie das näher beschreibt. Ja, das kann auch sein. Und das hat sie, glaube ich, fertig gemacht. Das ist ja. Ja, okay. Could you tell me about that? I don't want it. Please, baby. There was Chris. He caught me. I was mad. I went at him. I... I'd never... Baby, I'm so sorry. I'd never been hit before. It was so... He always had guns around. I shot him. I grabbed the watch and ran. I murdered. So there you go. Hey. You needed to know. Now you know. And I'm still here. Yeah. I need to think about this. Just... If you want to talk, you can't take this silence. Ich will mal was versuchen. Oh, God. Was denn? Die Uhr da einfach auf den Tisch legen, wenn sie jetzt... Guck, jetzt geht sie raus. I'm sorry. I can't be here right now. Und dann einfach die Uhr auf den Tisch legen. Heldig. Ich weiß... Oh nein. Warum? Du bist nicht drinnen. Schmeiß sie ihm doch einfach entgegen. Oh nein. Oh nein. Nein. Doch, vielleicht. Ach, scheiße. Ich wollte nur abschließen. Sie hat ja selber einen Schlüssel. Macht er das nicht mit der Uhr? Nichts. Ich weiß, was du schon? Ich weiß, was du schon wieder unterschließen. will du sein? Du bist nicht? Du bist nicht? December? Du bist überraschließen. Du bist das mal. Du bist überraschst. Du bist nicht. Ich weiß, was du nicht mit dir? Du bist nicht. Du bist nicht? Du bist nicht. Thank you!